Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zu Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator mit dem Luxury-LC. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen gemalert, da mache ich wahrscheinlich noch ein paar Bilder hin, muss ich mal gucken, haben die Türen hier eingesetzt, einmal zum Bad, einmal hier zu den anderen Bereichen, die noch fertig gemacht werden müssen. Das Bad ist halt auch noch, ja, 1842 vom Kartoffelkrieg, aber was wir gemacht haben, ist hier so ein schönes Schlafzimmer, so ein bisschen mit so ein paar Schweinen und Optik und dies und das. Das haben wir gemacht und wir werden in der heutigen Folge uns hier um das angrenzende, kleine Badezimmer kümmern, ne? Muss ja alles schick sein, alles schön sein und, ja, dann werden wir erstmal gucken hier, was wir hier brauchen. Wir brauchen erstmal Bodenfliesen und Wandfliesen mit Steinverkleidung, ne? Wir nehmen mal erstmal hier das Weiße, das heißt hier dieses, das ist ja eher so ein orientalischer Stil, den man jetzt hier gewählt hat, ne? Würde ich jetzt sagen, ich mach's mal so hier. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz verkehrt, aber meins ist es persönlich nicht. Liegt natürlich immer im Auge des Betrachters und dann brauchen wir für die Wände, brauchen wir das hier, ne? Ach nee, das war, doch, das war das, ne? War das das? Nee, das war's nicht. Äh, hier, weiße Steinverkleidung mit Weiß. Ich würde das auch mit dem weißen Absatz nehmen, weil komplett... Hm, weiße Schnisch. Oder mit dem Beige Schnier. Nee, ich würde das nehmen. Vielleicht für die Duschinstallation später noch. Das wäre das vielleicht nochmal austauschen, aber... Sicher bin ich mir nicht. Ich denke, modernes Bad sollte dafür auf jeden Fall ausreichen, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Spaß wieder setzen hier. Das heißt, heute ein bisschen, äh, ja, dekorieren des Badezimmers, ne? Guck mal, sieht auch recht cool aus mit dem Spülstein dann dort. Ähm, mit dem weißen Absatz oben, statt die ganze Wand zu nehmen, ne? Mit der Dusche könnte man natürlich noch die andere Variante nehmen, aber, naja, gucken wir uns erstmal in der Totalen an. Wie das Ganze dann, äh, grundsätzlich aussehen, ne? Guck mal, hier haben wir noch... Hier haben wir schon gemalert. Das heißt, das brauchen wir nicht. Weil, guck mal, das passt nämlich genau. So, Wandlampe Tup kommt noch mit dabei. Ich glaube, hier kommt irgendwo die Dusche hin. Da könnten wir dann noch individuell was später machen. 43%. So, einen haben wir noch. Jupp, dann nehmen wir noch ein Stück wieder auf hier. Also ausreichen tun die auf jeden Fall. Aber man muss sich halt ein bisschen arg gedulden, ne? Und das war ja so wirklich... Dieses Bad, äh, ja. Schwierig, ne? Schwierig von der Farbe her. So, und hier könnte man vielleicht die komplette weiße Wand nehmen, weil hier, denke ich mal, wird auch die Dusche hin kommen. Ah ja, komm, machen wir erstmal. Ich setze erstmal die Dinger hier. Gucken wir mal, ob das soweit ausreicht. Müsste aber in der Regel. So, wir haben noch ein paar übrig. Zack. 85. 87. Und dann muss ich wohl doch die einen Dinger noch nehmen, weil ansonsten wird das nicht 100% rechnen. Das bedeutet, wir müssen das hier trotzdem dran machen. Aber, was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum das jetzt hier nur 93% ist. Rechnet der die jetzt hier auch mit? Oder? Ah, ich glaube, der will die hier auch mit haben, ne? Ja. So. Das heißt, das haben wir schon mal fertig. Sehr gut. Wir verkaufen den Spaß. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier noch reinkommt, ne? In das schicke, schicke Badezimmer. Eine Duschinstallation. Okay. Verstehe ich. Das haben wir absolviert. Jetzt, also viel kommt hier nicht rein. Hier kommt wirklich nur eine Dusche rein. Aber die Frage ist, welche Dusche? So, wir drehen das mal auf. Das ist so eine offene Dusche. Müssen wir uns gleich mal angucken, ne? Wir können ja immer noch so hoch und total ein bisschen verschieben. Ähm, die Frage ist, wo sie... Ah, guck mal, die ist da auf. Okay. Das heißt, wir könnten sie da in die Ecke platzieren. Dahin. Jo. Das machen wir auch so. Die Stäbe. Das würde ich halt komplett verfliesen bis oben hin. Sieht dann schicker aus. Seht ihr? Hier ist die Dusche. Und hier drin würde ich das komplett bis nach oben verfliesen. Ähm, weil das halt optisch ein bisschen anders wirkt, ne? Also hier, den hier. Ach nee, das war falsch. Äh, die hier. Komplett. Reicht da eins? Ich glaube schon, ne? Ja. Das müssen wir jetzt mal ablegen. Das ist nämlich die halbe. Und da können wir hier nämlich komplett bis oben hin machen. Weil ansonsten wird das halt nass an der Wand und das muss halt nicht sein, ne? So. Komm. Machen wir das auch noch fertig. Aber auch das ist immer so ein bisschen persönlicher Geschmack, ne? Der eine mag es, der eine mag es nicht. Aber ich finde das halt... Warte mal, dann machen wir die Ecke hier auch noch. Ich finde das halt viel schöner so. Aber auch da sind Geschmäcker verschieden, ne? Ich würde das jetzt hier die Wand auch nochmal lang ziehen, oder? Machen wir die Wand einmal komplett, dann haben wir so ein bisschen so kleinen Abschluss, ne? Ach, Mist. Jetzt muss ich doch noch was kaufen. Verdammt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Budget schwindet langsam. So. Können wir das mal hier wegtun? Zack, zack, zack. Ja, doch. Ich denke, das wirkt ganz gut. Hier oben. Ach, hätte ich auch noch durchziehen können. Verdammt. Kennt ihr das, wenn ihr was gemacht habt und so denkt, so... Ne. Das machen wir jetzt nochmal ganz anders. Ach, das ist ja echt belastend. So. So, dieser kleine innere Mong, versteht ihr? Jetzt haben wir eine L-Form gemacht. Obwohl wir das eigentlich gar nicht wollten, ne? Aber, ja. Guck mal, sieht halt schöner aus, ne? Schön einheitlich auf der einen Seite. Einheitlich auf der anderen Seite. Das passt schon, so wie es ist. Ähm. Jetzt zumindest. Jetzt wird der andere wieder schreiben, ja, du hättest ja nur die Aussparung hier machen. Ja. Hätte man auch. Ähm. Was haben wir hier? Spiegel. Oh. Hier kommen zwei, äh, Spiegel. Guck mal. Ist auch der. Sehr gut. Dann wahrscheinlich noch zwei Lampen, ne? Guck mal. Ah, hier. Die machen wir schön in Gold. Gold, but gold. Tip top. Wenn wir das Licht anmachen, strahlen die direkt darunter. Dann haben wir noch, ähm, zwei Deckenlampen. Ich würde sagen, einmal eine, ähm, vielleicht hier so in dem Bereich. Und eine da so in dem Bereich. Dann ist das Ganze auch so ein bisschen abgeleuchtet. Wobei, die können wir ein bisschen weiter rüber packen. Dann haben wir hier noch ein bisschen den Lichtkegel. Und die passt, glaube ich, hier ganz gut rein. Wobei, noch ein Stückchen weiter rüber hier. Boah. Ist gut ausgeleuchtet, ne? Würde ich sagen. So. Brauchen wir hier noch einen Handtuchhalter. Und ein runder Teppich. Boah. Köstlich. Ich würde den hier einfach nehmen. Sozusagen hier, komm, pass auf. Einmal Männlein, einmal Weiblein. Normalerweise mache ich ja keine Trennung, aber, ne, komm, lassen wir es einfach. So. Damit man keine kalten Füße bekommt. Sehr schön. Ist auch keine Toilette drin, ne? Einfach nur Bad. Toiletten gibt es halt nicht. Wird halt überbewertet. So, einmal hier ein Handtuchhalter. Da ein Handtuchhalter. Das heißt, das schicke Bad. Da sind wir auch soweit fertig. Gucken wir mal. Ich würde jetzt hier einfach noch ein bisschen Deko machen. Das mit dem Geld müsste auf jeden Fall ausreichen. Ich gehe mal kurz bei Gemälde gucken. Weil, ähm, ich finde halt alles ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen blöde, ne? Gemälde. Äh, Gemälde. Was haben wir denn da Schönes? Gucken wir mal, der hat ja hier diese Gemälde der Existenz, ne? Die können wir einmal hier durchbuchen. Komplett. Das heißt, ich würde einfach mal hier so eins. Dann, äh, gehen wir mal zurück hier. Sowas hier. Es wirkt halt einfach zu leer, ne? Deswegen da noch ein bisschen Farbe bekennen, ne? Gucken wir mal, das können wir auch noch machen. Das ist Maragdherz. Ansonsten wirkt das hier einfach viel zu leer. Das könnte man noch ein bisschen weiter rüber. Das andere natürlich auch gleich noch ein bisschen weg, ne? Sehr schön. Guck mal, ist doch viel besser. Ja, dann wirkt das hier ein bisschen anders. Vielleicht da auf der Seite auch noch mal so ein kleines Bildchen hin. Und dann sind wir fertig. Zumindest auch mit dem Aufgang hier, ne? Gibt ja echt schöne Dinger hier, ne? Wobei schön immer relativ ist, ne? Das ist halt nicht mehr so kahl hier. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses schicke Schlafzimmer mit dem angrenzenden, äh, huch, mit dem angrenzenden Bad. Das ist dann auch fertig. Sehr schön. Also hier. Hier fehlt irgendwie eine Toilette drin, Leute. Also ich finde, da gehört ein Locus rein. Ich baue da jetzt einfach einen rein. Ist mir jetzt egal. So, äh, Anschlüsse. Installation. Da muss ein Klo rein. So. Guck mal, das Klo kann man auch ohne weiteres hier einfach so richtig schön entspannt in die Ecke platzieren, ne? Guck mal. Das Budget ist bald aufgebraucht. Das ist richtig. So, jetzt brauchen wir noch eine Toilette. Wo waren denn die Toiletten jetzt auch bei Anschlüsse? Ne, ne? Die waren gleich separat, ja? Heizung, Installation, sonstiges. Ne, das war hier nochmal so ein bisschen unterteilt. Ähm. Badezimmermaturen. Ah, guck mal hier, was? Guck mal hier. Cyberpunk-mäßig. Auch geil. Ich würde sagen, da muss ein richtig schönes Klosett rein, hier. Nehmen wir das hier. Hier. Schön mit Marmor. Das passt hier richtig gut. So, guck mal. Bam. Zack. So. Lokus muss da rein, Leute. Wenn man morgens aufsteht, muss man auf die Toilette. Ist einfach so. So. Jetzt haben wir noch zwei Räume hier. Wir haben einmal hier diesen, äh, diesen schicken Raum. Äh. Pupp, papp, 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 papp. Hier kommt ein Arbeitsraum hin, glaube ich. Und hier. Ein Kinderbett. Hier kommt ein Etagenbett rein. Ist aber auch recht komisch, ne? So, lass uns mal noch mal runtergehen, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Manchmal vergesse ich nämlich was. Hier haben wir einen schönen offenen Kaminbereich. Finde ich optisch sehr gut. Das passt, passt, passt. Hier so ein bisschen Essbereich. Küche. Ja, eher spartanisch. Gut, das meiste bringen die Leute hier dann mit. Ähm, hier unten auch noch mal. So eine kleine Lounge. Wo man dann hier quasi reinkommt in die Heiligenhallen. Ähm, hier, glaube ich, ein kleines Bad haben wir noch hier drin. Ne? Das war auch fertig. Jo. So, mit so einer kleinen Bar hier. Da kann man sich dann ganz entspannt hinsetzen. Ne? Kamine ohne Ende. Das auf jeden Fall. Äh, Schränke ohne Gläser. Gut, das bringt der Hausherr da mit. So. Fenster kann man natürlich auch öffnen. Äh, hier fehlt irgendwie ein Stuhl, ne? Guck mal. Habe ich den denn hingeparkt? Hier fehlt, beim Klavier fehlt auf jeden Fall ein Stühlchen. Den müssen wir noch mal nachdekorieren. Ähm, den, 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 den. Kommt der hin? Büro, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, würde ich sagen. Ähm, Sofas, Sessel. Sessel ist es ja eher nicht, ne? Es ist ja Rocker, ne? Ähm. Ich wusste, da hat irgendwas gefehlt, aber... Dann ist es vielleicht eher Büro, Esszimmer vielleicht. Stühle. Das war doch dieser komische Hocker. Wo ist der denn? Ich weiß, welch ich nicht meine, den ich oben auch hatte, ne? Barstühle. In dem Barstuhl ist es ja auch nicht. Na, höher, ne? Dann hast du doch ein Schlafzimmer. Ach, guck mal hier. Nach Tische. Wo war denn das Ding? Na, hör mal. Kann aber nicht sein. Wie heißt denn das Ding da oben? Ich muss mal kurz nach oben. Muss ich mal gucken. Wenn ich das Ding lösche, dann kommt direkt wieder ein neuer. Das Ding in hier, ne? Das nennt sich... Hocker für Schmink... Ach, Schminktisch. Ah, okay, gut. Hocker für Schminktisch. Das heißt, wir können den einmal ausgewählt lassen hier. So, platzieren den jetzt unten auch einfach nochmal. Und dann sollte das passen, ne? So. Weil du kannst ja hier nicht am Klavier spielen ohne so einen Hocker, ne? Im Stehen geht halt nicht. So. Dann haben wir das hier auch fertig. Also hier im unteren Bereich haben wir alles Tutti. Das passt. Der Kamin ist an. Im mittleren Bereich, Küchenbereich und Essbereich. So wie hier kleine... Ja, kleines Wohnzimmer. Ja, ist auch alles schick. Oben, wie gesagt, haben wir heute, ähm, ja, hier ein bisschen das jeweilige Bad ausgebaut. Ja, und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute dann erstmal soweit wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Ne? Schreibt doch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa.